Mein Name ist Jens Köppel von der Tauchschule Scuba Marine aus Ulm und ich zeige euch jetzt, wie man in einem Trocknetauchanzug eine Leckage entdeckt. Zuerst nimmt ihr den Trocknetauchanzug, steckt die Handschuhe dran und dann oben an der Halsmanschette geht ihr her und macht einfach mit einem dicken Bungee einen Knoten rein, dass nichts rauskommt, dass keine Luft rauskommt, dann geht ihr her, steckt den Inflator an und blast den Anzug auf. Und dann rührt ihr den Anzug ab mit einer Seifenlösung, zeifelt ein bisschen Wasser und siehe da, hier sehe ich schon blubbern. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 kleine Löcher, höchstwahrscheinlich wegen der Materialermüdung entstanden. Was mache ich jetzt? Ich drehe den Anzug auf links, also von innen nach außen, nehme Aquasil mit einem Pinsel und pinsel die Stelle großflächig ab, warte 8 Stunden, bis es schön getrocknet ist, nehme nochmal Aquasil und pinsel es dann einfach hin, also quasi von oben nach unten und dann von links nach rechts nochmal ab und dann warte ich nochmal 8 Stunden, mache das Ganze nochmal und dann habe ich eine schöne Schicht Aquasil drauf, die dringt dann in das Neopren ein und dichte das dann ab. Wenn ihr Fragen habt zum Thema, wie man eine Leckage im Trockenanzug entdecken kann, fragt einfach nach bei www.scoopemarine.de. Vielen Dank.